Im Schatten des Waldes Nach einer gründlichen Studie wählte Cotto Deste vier einmalige Essenzen mit außergewöhnlichen Charakteristiken. Vier Hölzer mit bewegten Farbeffekten und von außerordentlich natürlichem Geschmack, dazu geeignet, auch die modernsten geschmacklichen Trends zu interpretieren. Der Reichtum und die Vielfalt der Maserungen, die Taktilität der Materie, die Silvis charakterisiert, gibt es mit zwei verschiedenen Finishes. Classic, eleganter und Country, rustikaler. Ganz in Italien hergestellt, in hochtechnologischen Anlagen, ist die Serie Silvis ein buntes, durchgefärbtes Feinsteinzeug und basierend auf 40 sorgfältig gewählten Grafiken mit hochauflösendem Inkjet-System dekoriert. Dank einer Stärke von 14 mm wird eine beispiellose Festigkeit gewährleistet, die durchschnittlich 80% über den Produkten der Konkurrenz liegt. Ihre kratzfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen, widersteht den Umwelteinflüssen und ist säurebeständig. Das Finish Country erinnert an das handwerkliche Hobeln. Die Unterschiede zwischen der Rauheit und der Wulste zwischen den Holzfasern, typisch für den Antikisierungsprozess, vereint mit einer bedeutenden Farbstattierung, betonen die rustikalen und natürlichen Charakteristiken. Das Finish Classic bewahrt alle Charakteristiken des mit Leinöl behandelten Holzes, dessen leicht unterschiedlichen Abglanz es dank minimaler Variationen der Tiefe zwischen den Materialfasern behält. Der Effekt ist eine vollkommen ebene Oberfläche, elegant und geschmackvoll. Cotto Deste machte die Perfektion zu ihrer Mission. Das beinhaltet Umweltschutz und konkrete Bemühungen zur Bewahrung der Ressourcen des Planeten. Aus diesem Grund wird für die Serie Silvis zu 40% aus anderen Produktionsprozessen kommendes Recyclingmaterial verwendet. Silvis – das Holz von Cotto Deste Silvis – das Holz von Cotto Deste